Was geht ab, liebe Jungs und Mädels? Ich hoffe, euch geht es an gut. Ihr habt eine schöne Woche hinter euch. Wir haben Samstag. Viele von euch haben mich gefragt. Wie? Nur drei? Mehrere von euch haben mich gefragt. Einige von euch haben mich gefragt. Ein paar von euch haben mich gefragt. Ein paar ist weniger als drei. Drei von euch haben mich gefragt, woher die Burpees eigentlich herkommen. Die Burpees, einen streiten sich, ob die vom Militär erfunden worden sind. Manche sagen, die wären im Knast. Aber es wird immer zwei Lager geben. Einen, die dagegen sind und einen, die dafür sind. So ist es auch mit Leuten, die denken, die Welt wäre eine Scheibe. Oder eine, die sagen, sie wäre eine Kugel. So wird Leute auf dem Mond gelandet, zwingt oder nicht. Genau das gleiche auch mit Corona. Gibt es Corona, gibt es nicht. Wir können die ganze Nacht drüber argumentieren, kommunizieren, philosophieren. Aber das bringt uns nicht weiter. Also Leute, genug philosophieren. Lasst uns anfangen. Yeah. True story. CA. Nur der Allmann. Erzähl euch, wie es ist, wenn du hier an meiner Haut steckst. Wenn du als Allmann im Kenneck Viertel aufwächst. Wenn du am Block die Kartoffel bist. Und wenn es heißt, komm mal raus mit dem Feuer in der Faust und sie boxen dich. Es gibt niemand, der dir hilft aus der Minderheit. Denn am Block sind wir, auf die der Finger zeigt. Wenn man dich nicht akzeptiert, weil du deutsch bist. Dir die Schule suggeriert, hier was deutsch ist. Du, dass Mädchen aus dem Balkan nicht lieben darfst. Wo die Gegend geprägt bleibt von Shisha-Bars. Doch war nie der, der auf Kenneck macht. Deshalb hatten wir das Schwert dort im Zellentrakt. Wenn Schwarz-Rot-Gold dich hier zum Nazi macht. Wo die anderen stolz stehen am Fahnenmast. Das Herbe meiner History Blut. Aber Bro, sag mir, was hab ich mit Hitler zu tun? Viele kamen und sie suchten mir nach Schutz. Doch ich war nur der Allmann für dich in deiner Hood. Wie viele meiner Landsleute leben in Gefahr. Aber wirklich drüber reden ist, was keiner von uns darf. Viele kamen und sie suchten mir nach Schutz. Doch ich war nur der Allmann für dich in deiner Hood. Wie viele meiner Landsleute leben in Gefahr. Aber wirklich drüber reden ist, was keiner von uns darf. Erzähl euch, wie es ist, wenn du hier in meiner Haut steckst. Wenn dich dein Schicksal dir Viertel einfach raussetzt. Wenn du weißt, wie sind beide eigentlich gleich. Sitzen hier am selben Boot wegen Hautfarbe Streit. Wo du oftmals über Christen ein paar Witze hörst. Doch wie du weißt, hat mich dein Glaube hier nie gestört. Bei Klagen auf dem Bolzplatz, immer außen vor. Denn da draußen in der Hood bleibt er einmal nur am Tor. Bei Bullerei, denn allen Mann verpfeifen ist okay. Ist ja keiner von uns. Und keiner, der uns fehlt. Ich bin so wie du, hab das alles hier schon durch. Multikulturell hier von Tag an der Geburt. Ich komme nicht mit Braun, Rechts, Nazi und Rassist. Denn jeder von ihr weiß, dass der Brudy keiner ist. Ich sag nur, wie es ist. Das Erbe meiner History Blut. Aber Bro, sag mir, was hab ich mit Hitler zu tun? Viele kamen und sie suchten mir nach Schutz. Doch ich war nur der Allmann für dich in deiner Hood. Wie viele meiner Landsleute leben in Gefahr. Aber wirklich drüber reden ist, was keiner von uns darf. Viele kamen und sie suchten mir nach Schutz. Doch ich war nur der Allmann für dich in deiner Hood. Wie viele meiner Landsleute leben in Gefahr. Aber wirklich drüber reden ist, was keiner von uns darf. So Leute, das war's wieder für heute. An der Stadt draußen, Leute. Gibt's keine Entschuldigung, nichts zu machen. Ihr müsst euch die Frage stellen, was für ein Mensch seid ihr. Es werden euch immer Steine in den Weg gelegt. Seid ihr diejenigen, die versuchen, jeden Stein aus dem Weg zu räumen? Oder diejenigen, die einfach über den Stein hinweg springen? Also Leute, bleibt gesund, bleibt stark. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.